Zeit mit der Familie und Freunden ist wohl die kostbarste. Auch Supermodel Heidi Klum legt viel Wert auf innige und schöne Momente mit ihren Liebsten. Immer wieder teilt die Mama von vier Kindern niedliche Schnappschüsse mit ihrer Familie. So postet die GNTM-Jurorin erst kürzlich eine Aufnahme am Strand, auf der Ehemann Tom mit ihrer Tochter Lou Sandburgen baut. Wie harmonisch das Zusammenleben ihrer kleinen Patchwork-Familie funktioniert, ist dabei nicht zu übersehen. Jetzt teilt die 48-Jährige erneut einen süßen Moment, der uns zum Schmunzeln bringt. In der Instagram-Story des Topmodels ist ihre älteste Tochter Leni zu sehen, die Heidis Ehemann Tom die Haare flechtet. Lächelnd konzentriert sich die 17-Jährige auf den Topf des Tokyo Hotel Band-Mitglieds und verpasst ihm eine schicke neue Frisur. Sichtlich entspannt lässt der langhaarige Tom die Tortur über sich ergehen. Heidi amüsiert sich über diesen Moment zwischen ihrer Tochter und ihrem Mann prächtig. Offensichtlich gibt sich Tom nach wie vor große Mühe, um bei Heidis Kids zu punkten. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!